himmlisch und diese göttliche ruhe nein auch auf der auer duld ruhe vor dem sturm die standel für den traditionsmarkt werden hergerichtet mittendrin peter bärkammer seit 28 jahren verkauft der antiquar auf der auer duld das ist jetzt mal auf neu eine riesen herausforderung weil wir bewegen ungefähr sechs lkw vollware also sechs tonnenware haben ungefähr 15.000 artikel hier im stand also so ganze menge und ja da ist man immer ein bisschen nervös ob man schafft rechtzeitig oder nicht in den kisten versteckt sich alles was das sammlerherz begehrt auf der duld gibt es nichts was es nicht gibt selbst alte vinylplatten sind hier der renner schnäppchenjäger noch vor der eröffnung ein vorgeschmack auf das was die tandler erwartet das ist drei wochen zwölf stunden ohne wochenende da ist man müde deshalb lässt peter bärkammer in den nächsten tagen noch einmal ruhig angehen feierabend auf der duld zumindest für heute